Eine ganz, ganz knappe Entscheidung, aber der Assistent, der steht da wieder nicht, der erst ist er da und dann vom Rio Hermessen. So ein Scheiß-Pedro, der ist ja niemals schneller als... Das gibt's, glaube ich. Ich drück... Das ist natürlich sehr ehrlich. Ich drück die Youngside auf Pass und der hält einmal den verfickten Scheiß... Mann, ey. Das klingt mir nicht auf... Boah, da mit dem Scheiß!